Schönen guten Tag, hier spricht die Polizei. Ich wende mich an die Versammlungsteilnehmer, die versuchen die Absperrung zu durchrechnen. Gehen Sie sofort zurück, das ist eine Beschränkung. Ansonsten werden wir unmittelbaren Zweifel gegen die Anwendung, die auch schon passiert. Begehen Sie eine Straftat, die werden wir in der Bundesrepublik gegebenenfalls unter Anwendung unmittelbaren Zweifel. Gehen Sie eine Straftat, die wir in der Bundesrepublik haben, die wir in der Bundesrepublik haben. Gehen Sie eine Straftat, die wir in der Bundesrepublik haben, die wir in der Bundesrepublik haben.